ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt hat Igor die Spitze genommen vor Vitali. Komm ich sehr mit. Und da gibt es nicht los, doppelt los. Laufen natürlich sofort abgebrochen. Nur Blau und Rot kommen durch. Haller Simon und Günther Mauer. Kommt noch. Bleib vorbeikommen. Und hier kommt die Entscheidung des Referee.